Hallo, schön, dass du dabei bist. Heute bin ich wieder im Golf Ressort Gernsheim, am Hauptstandort Golf Absolut mit den Golfanlagen. Das weißt du ja, kennst du. Und heute geht es um einen wichtigen Faktor, nämlich um Konstanz und mehr Länge. Das sind ja zwei ganz entscheidende Faktoren und das hat hier mit unseren Händen zu tun, mit dem Griffdruck. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis gleich.